So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Runde von natürlich Evolve, der Alpha. Diesmal spielen wir den Medic, diese Dame da, links rechts, die da auf jeden Fall. Die, genau die. Ähm, ja, der Medic kann halt, stellt gleich wieder vor. Ähm, halt hat verschiedene Waffen und verschiedene Fähigkeiten, aber sehen wir gleich. Wir werden jetzt hier erstmal abgesetzt und wir spielen gegen Goliath, beziehungsweise nicht den Kraken, sondern Goliath. So, wie man schon sieht, wir haben das Sniper von Raphael, und damit können wir Weak Spots an anderen, oder an dem Monster halt machen. Heißt, da können die anderen drauf schießen und, ja, sind halt Weak Spots. Können halt gut geschlagen werden da, gehauen werden. Ähm, dann haben wir hier einmal das, 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 das Taser-Ding sozusagen, nenne ich jetzt mal. Ähm, Tank-Colizer-Gun. So, besser gesagt. Ähm, was kann Taser machen? Das kann einfach nur das Monster... WTF? Ähm, Sloan und, äh, ja, macht ihm halt genug Schaden. Und, äh, checkt das, glaub ich, auch noch für eine gewisse Zeit. Beziehungsweise, das sieht man dann da durch. Oh, ich geh vor in die falsche Richtung. Ähm, wo gehen die da lang? Da hoch, oder was? Oder wie? Hat da, dann stirbt schon jemand. Sehr für Teammate. Äh, so. Ja, okay. Monster-Tracks. Ich geh mal dem hinterher. Ich weiß grad nicht, wo das Monster ist. Wir wissen... Oh. Oh. Oh, 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 oh. Nee. So. Ähm, natürlich haben wir dann nochmal die Medi-Gun. Heißt... Ja, ich schieß halt... ...nen Strahl von Medi... Äh... Medi-Zion. Äh... Und wie heißt das? Äh... Äh, so, ich heil die halt damit, meine Fresse. Hey, wir haben das Monster-Tracks. So, dann kann ich halt andere heilen. Also andere Team-Mate-Seilen, natürlich nicht Monster-Tracks. Und dann haben wir hier noch auf 4 hatten wir noch den Gesundheits-Busst-Golf für alle. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaub, wenn da welche in der Nähe stehen, dann ist es ein Gesundheits-Busst für alle halt. Und wir sollen uns immer aufmachen, dass wir uns jetzt finden. Ich halte immer ein. Dann halte ich immer eben. Stimmt, das ist der Heel-Busst. Heißt halt viel Heel in viel, in großer Reichweite. Wir sollen das Monster ehrlich mal finden. Das ist das Monster nicht. Es gibt halt auch noch andere Monster, die halt auch noch Sachen machen. Die machen Sachen. Und da hinten sind aufgebürtete Streets. Da hinten. Okay, da hinten ist einer. Da hinten ist er. 200 Meter von uns weg. 200 Fuß, keine Ahnung, wo das sind. So weit ist das gar nicht. Oh shit. Am I look lazy, but they're... Senses got it. Gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Monster hin. Bewegt sich das überhaupt? Das bewegt sich da nicht. Also da wurden wir einfach ganz aufgenommen. Und sie wird dann halt so benutzt. Ich sollte auch mal Medi-Sachen benutzen. Zum Beispiel er da vorne schon wieder verwundet. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber er ist schon wieder verwundet. Heilig mal eben. Und ich kann während des Heilen auch nicht sprinten. Das muss ich auch nochmal sagen. Und wir haben ihn gefunden. Medi muss natürlich oben bleiben. Deswegen... Oh. Oh yo. Oh. Oh yo. Ich bin fast tot. 4. Ein Heelburst. Ich versuche natürlich ein bisschen weiter oben zu bleiben. Außer, dass ich ihn jetzt irgendwie heilen sollte. Wiederholen sollte man natürlich. Wie weich. So. Direct Hit. Oh yo 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 yo. Ich bin tot. Wow. Das war eine sehr, sehr schnelle Runde, finde ich. Komm, komm, komm. Leute. Wir haben verloren. Direkt nach 4 Minuten haben wir verloren. Das ist echt sehr, sehr gut gelaufen mit dem Medi-Deck. Medi. Ja. Ich wäre dafür. Wir hängen nochmal eine Runde dran. Continue, continue. Slack, bla bla bla. Das hier ist einmal der Medi-Deck. Und, äh, ja. Wir haben jetzt eine Runde dran. Hat 4 Minuten 20 gedauert, die Runde. Und, äh, ja. Bis gleich auf jeden Fall. So. Äh, wir spielen wieder mit der lieben Medi-Deck. Äh, ja. Das haben wir gerade. Richtig. Just another job. Stay focused. Wir müssen das liebe Viech töten. Beziehungsweise anfangen. Na, töten müssen wir jetzt, ja. Muss man eben alles gerade vor meinem, vor meinem Mauspad legen, weil ich da viele Sachen drauf hatte. Eine Stifte oder ein Handy und, ah, vieles. Ja. Wie sind wir mit der Medi-Deck? Hatte ich ja schon alles erzählt, wie das geht und wie das ist. Da oben waren Scary Birds. Scary Birds. Scary Birds. Scary Birds waren auch bestimmt, aber... Ähm, da waren die Scary Birds. Da hinten wurden auch schon Monster... Monster... Äh, Birds aufgetrieben. Da, hier, da. Hilfe! So. Okay, damit ist hier... Oh. Ja. Steam. Öffne dich. Ja, ist schön. Und es leckt gerade ein wenig. Wollen wir manchmal... Ja, es leckt... Oh. Es muss lecken gerade, ne? Es muss lecken. Natürlich. Aber wir hoffen, das ist nicht allzu schlimm. Da oben ist es. Irgendwo. Oder da unten. So, ich weiß es nicht. Ist hier drin, da. Hier, versuch's. Scheiße. Doch, ich hab's getrackt gekriegt. Versuch's von hier oben mal weiter zu tracken. Und ein bisschen... runter zu schießen. Nein. So, es leckt aber extrem, ne? So, Alter, leckt das. Alter Falter. Komm. Jo. So. Es ist auf jeden Fall langsam gemacht. Alter, warum leckt das denn? So. Heel den erstmal. Heel, heel, heel. Du kriegst deinen Heel von mir. Und ich komm hier nicht mehr hoch. Doch, ich muss erstmal klein werden. Ein bisschen langsam, aber scheiß drauf. So. Hier einmal. Wir müssen der Krebs heilen. Komm, 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 komm. Ich halte dich, ich halte dich, ich halte dich. Ich muss aber immer eben das tracken. Und ich bin grad aus dem Spiel rausgetappt. Das ist ja schön, dass ich aus dem Spiel einfach raustappe. Also, ich kenne das auch. Ihr spielt gerade und dann spielt, tappt ihr einfach raus. Das ist nicht so geil. Was ist das für ich denn jetzt? Ich habe es voll aus den Augen verloren. Okay. Der Mr. Krebs muss geheilt werden. Mr. Krebs. Mr. Krebs geheilt. Heil, 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 heil. Oh. Ja. Er muss auf jeden Fall geheilt werden. Er ist sehr arm dran. Nicht arm ab, sondern arm dran. Er wird aber auch geheilt von mir. Richtig. You're not gonna die. Du musst jetzt dem Viech hinterher. Ich kann auch nicht sprinten. Oh, naja. Dafür hat Mr. Krebs ein bisschen, ein bisschen Leben. Und ich muss jetzt hochklettern. So. Ihnen gebe ich kein Leben. Wir hatten nämlich genug Leben. Äh, wir haben das Monster aus dem Augen verloren. Doch nicht. Der hat das Monster gefunden. Ihr solltet mich wieder beleben. Dankeschön. So. Wo ist das Viech? Wo ist das Viech? Ich muss es jetzt erstmal einmal tracken. Damit das halt gecheckt wird. Damit das halt langsamer ist und so. Es leckt gerade aber extrem. Warum machst du das? So, das Monster haben wir verloren. Das Monster haben wir ehrlich verloren. Ihm gebe ich mal in Medizin. Ihn hole ich mal in eine rein, du. Ähm. Monster ist Stage 2. Wir wissen aber alle nicht, wo es ist. Okay. Das kann man jetzt glaube ich irgendwie in die Hand nehmen können, das Monster jetzt. Hat er Full Life? Ja, er hat Full Life. Vielleicht zu Mr. Krebs, richtig. Genau den wollte ich heilen. Hier ist ne Mark. So. Mal weiter. Ah, ihr Bacon. Bacon hätte ich jetzt auch Bock drauf. Bacon hat man eigentlich immer Bock drauf. Ich weiß nicht, wie man nicht auf Bacon Bock drauf haben kann. Ne. Wir haben das Monster gerade komplett aus den Augen verloren. Muss ich mal so sagen. Ne. Da ist es doch. Komplett aus den Augen verloren, weißt du. Eine greift das die ganze Zeit an. Komplett. Leute, das war doch hier gerade oben. Da. Das ist doch. Scheiße. Das war schlecht geaimt. So, es ist. Da habe ich es nicht getroffen. Und ich will es jetzt lang. Oh shit. Direkt vor Monster zu stehen ist nicht geil, aber ich habe es getrackt. So. Wunde. 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 Okay, ich muss jetzt tracken. Ich muss tracken. So, er ist getrackt. Ziehe ich den. Ich habe einen Healboost ausgehauen. Ausgehauen. Muss Heal raushauen. Auf jeden Fall. Ganz viel Heal. Muss ich raushauen. Und ich muss mich selber auch mal teilen. Ich bin tot. Revive mich. Revive mich. Revive mich. Ja. Die wollen den Heli sterben lassen. Ja. Der Heli ist tot. Der Heli. Der Mediziner ist tot. Und ich glaube, wir haben das Battle verloren gegen den schönen Kraken. Aber. Ich wollte schon sagen. Naja, Dropshut kommt in zwei Minuten. Äh, ja. Was wollte ich dazu sagen? Takeover. Takeover Bot. Ich kann gerade einen Bot übernehmen. Scheiße. Okay, die haben das Dings aber verloren, leider. Jetzt muss ich erstmal hinkommen. Wen haben die noch? Die haben. Aber den Shield-Typen und einmal. Ja. Das bringt denen nichts mehr. Die haben gar keine Verteidigung mehr. Die können den jetzt noch nicht mal mehr trappen. Die können den jetzt noch. Keine Ahnung, was der kann. Den habe ich noch nicht gespielt. Und die können noch hart Schaden zufügen. Mehr können die denen nicht mehr. Die können nicht mehr trappen. Die können sich nicht mehr selbst wiederbeleben oder so. Das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv für die beiden. Muss ich mal so sagen. Kranken ist auch weg. Haben wir überhaupt noch alle Spieler drin? Ja. Mr. Krebs. Mr. Krebs ist tot, ne? Nein, Mr. Krebs sind auch noch. Griffin. Griffin ist tot mit mir. Er und ich. Er ist das Demon. Ne, das Monster. Nicht Demon. Sie suchen gerade das Monster. Schon scheiße, wenn ihr keinen mehr habt, ne? Hätte ich immer ein bisschen auf mich aufpassen müssen. Also natürlich, ich habe... Richtig. Das ist toll, dass er jetzt Level 3 ist. Das ist kacke. Ähm. Das ist relativ scheiße, ja? Ich denke, das werden wir auch verlieren. Weil wenn er in Level 3... Wenn er in Level 3 ist. Wenn er Level 3 ist... Mh... Mh-mh. Ist nicht toll. Okay, ich bin jetzt gleich wieder da. Und das ist toll. Das ist sehr, sehr toll, möchte ich sagen. Ich bin jetzt wieder da. Zack, jetzt werde ich hier wieder runtergeschickt. Er und ich. So. Da bin ich wieder. Und let's go nach unten, würde ich sagen. Let's go to the top. Let's go to the bot. Und da ist das Demon. Lola ist gerade einfach rechts neben uns. Yo. Framerate-Einbrüche for the win. Erinnerst du... So. Erinnerst du es? Ich habe es nicht getroffen. Ich kann es jetzt aber... So. Zusammensticken. Aber... Es hat mich zurückgeschlossen. Mit so einer scheiß Druckwelle. Ich bin der Healer. Okay. Your soul died. Wir sollten uns doch alle treffen. Und nicht irgendwie rumpimmeln. Kommt mit, ihr Spatten. Was macht Nita? Kommt! Was macht Nita? Ich stehe einfach... Nö, komm, nö. Eigentlich haben wir gar keinen Bock auf das Spiel. Der Vorder muss ja irgendwo sein. Da. Scheiße, nein. Let's fall. So. Einmal hoch hier. Hier auch noch hoch. Jetzt wieder Mr. Krebs. Hallo? Dankeschön. Hier hinten ist das Monster irgendwo. Da. Hab ich es getroffen? Ne, wollte ich schon sagen. Wir müssen auf jeden Fall das Monster finden. Der Trapper muss das eigentlich zu trappen. So, ganz blöd gesagt. Okay, da ist es. Ich hab's glaube ich getroffen. Nein. Jetzt hab ich's getroffen. Jetzt hab ich's gut getroffen. Okay, einer wird schon hart gefistet. Und das war doof von mir. Und ich bin fast tot. Und ich bin fast tot. Ich bin tot. Und ich glaub das Monster hat Gesicht über uns. Sehr in group, ja. Ich glaub der versuche jetzt den hier zu töten. Das Monster auf jeden Fall. Aber geht das? Ach, ich bin wieder da. Direkt. Das ist cool. Das ist ehrlich cool. Das ist fresh. Ich weiß jetzt auch gar nicht wie lange der Feuer geht. Ich will hoffen keine halbe Stunde oder so. Mir bei MeWolf verkacken und zuzusehen ist glaube ich nicht so geil. Aber das Spiel macht Spaß. Muss ich ehrlich sagen. Nur als Medi nicht so. So Medi kann nicht viel mit anfangen. Aber ich wollte natürlich alle Klassen mal zeigen. Das hab ich ja gesagt. Und da gehören natürlich Medi auch noch dazu. Und hier kann ich nicht hoch. Sehr, sehr schade. Okay. Drop mine. Kann ich das eigentlich kaputt schießen? Nein, ich glaub nicht. Okay. Drop mine hat rausgeworfen. Ist der überhaupt in meinem Nebendings drin? Das Kraken? Ja, ist es. Okay. Die ganze Zeit draufschießen. Okay, Mr. Krebs. Slow Health. So. Nein, 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 nein. Monster Armor destroyed. Monster Armor destroyed. Ich geb Mr. Krebs grad ein bisschen Leben. Weil er grad am meisten Leben braucht. Er ist tot. Okay. Ich muss den grad mal ein bisschen. Slow. Schnauze jetzt. Okay, ich geb dir mal ein bisschen Schaden drauf. Ich kann den nicht wiederbeleben. Das ist so gut wie unmöglich. Okay, jetzt will er mich. Jetzt will er mich. Ich krieg dir aber nicht. Hoffentlich. Also viel. Ich bin tot. Noi. Warum bin ich nicht direkt tot? Okay. Er hat nur noch einen als Gegner. Der noch voll drauf gehen will. Er Spacko. Geh ja nicht voll drauf. Geh einfach weg. Das Kaken denkt sich einfach nö. Ich weiß nicht, warum man den jetzt töten. Nicht tötet. Er will den endlich weg haben. Na, jetzt. Jetzt bleibt er an. Oder nicht? Oder? Was macht das? Was macht das fies? Ja. Wartet es wieder auf uns? Oder was? Will er das ein bisschen herauszögern? Oder weh, habe ich das Gefühl. Okay, er baut hier ein paar Minen auf. Er will hier ehrlich auf Nummer sicher gehen. Das Dropship kommt. Dropship. Dropship. Mit. Nicht mit T. Er will ehrlich hier das Safety machen. Und er. Ach, der will das Power Relay töten. Kaputt machen wir mal was. Hey, da kommen hier wieder alle. Da bin. Oh. Vorhin ist das Mikro gekommen. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder die nette Dame. Ich muss gar nicht mehr kontrollieren. Okay. Mad Kid ist ein bisschen tot. Ein bisschen wenig Leben. Muss man so zugeben. Äh, direkt zwei. Ach, da ist das Viech. Hab ich's getroffen. Hab ich's getroffen? Ich hab's. Ey, ich hab's getroffen. Komm, man muss sagen, das war ein schöner Schuss. Okay. Das war schön, wie ich gestorben bin. Aber wie ich gerade sterbe. Directed. Okay. Ich muss gerade ein bisschen. Wow, wow, wow. What the fuck? Tötet den noch jetzt. Ach, die anderen sind auch schon alle tot. Ja, geil. Ja, ich glaub, der will den jetzt auch haben. Endgültig. Wir will den jetzt reinlocken. Das bringt auch nicht viel. Ja. Wir haben uns halt gewonnen. Wir haben verloren. Wir waren jetzt... Ich muss zusagen, wir waren jetzt gerade unter der Map. Ja. Und ich bin Level 2. Level 2, das krieg ich. Quick Switch. Okay. Cycle Between. Okay. Oh. Ich level gerade ein bisschen. Ein ganz bisschen. Okay. Schütze Monster several times. Ähm. Ja. Yay. Dreimal. Okay. Ähm. Ja. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Und, äh. Ja. Bis zum nächsten. Links auf jeden Fall. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten. Äh. Aufnahmetermin. Bis zum nächsten. Alpha Video. So. Richtig. So. Genauso wollte ich sagen. Ja. Das war's von mir. Auf jeden Fall von mir. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.